Mein Name und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hood Outlaws and Legends. Mittlerweile sind natürlich nur Jojo, der Wuchs und Dragoon. Hallo, 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 hallo. So, wir müssen dann schleichen. Hier ist ein Loch, hier kann man durch. Ja, ja, stimmt. Feindmarkt hier 25. Ich hab 25 bekommen, ich weiß nicht was, aber irgendwann 25. Erfahrung? Ich komme. Haben wir hier schonmal auf der rechten Seite gespawnt? Ich glaube nicht. Ja, wo? Sorry. Äh, da oben ist ein... Oh Gott. Crossbow hier. Ach, das ist ein Puffenkraft. No one here. Crossbow hier. Ein. Crossbowman here. Alter. Oh oh. Der ahnungslose Mord. Zack. Let's run pass... Oh, hier ist's. Sag mal, wer hat der denn mitgeteilt, dass was los ist? Hat den Handy in die Tasche gehört. Die laufen hier unten in der Kirche schon rum? Nee. Der ist schneller. Ne, ich hab'n, ich hab'n Pfeiler bekommen. Die schleichen vorne rum. An dem... Am Altar. Ja. Ich hab' hier Tuck. Ja, hier ist Hut. Huck ist tot. Wollen wir noch? Kein Ausdauer mehr. Ja, gut gemacht. Aber das man ja nicht unterbrechen kann, wenn er nicht hat. Das ist schlecht. Naja... Du kannst doch ordentlich ab hier schon abziehen. Also... Wenn du ein Tuck gekült bekommst, kürzer hin. Oh. Ja, was machen wir? Äh... Irgendwo ist da... Tuck kommt hinten rein da. Da kommt einer hoch. Die klettert Jo. Na runter. Na oben. Enemy Hunter. Ich bin nicht rangekommen. Hier ist Tuck. Marianne hat sich abgeleilt in der Kirche. Alter. Äh... Wo? Pflicht. Du bist gekommen. Du bist gestorben. Notul. Raagun kriegst du vielleicht Sneaky C irgendwie? Ja, versuch ich gerade. Oder schnell B. Und... Ne. Scheiße. Die... Die hängen da... Oh. Drei sind in der Kirche. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wann stehen wir jetzt hier auf dem Kult rum? Zwei sind... Da sind... Ihr könnt mich doch am Arsch lecken. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Die MPs ist da ins Fronten kommt, Jim. Die MPs ist da ins Fronten kommt Jim. Ich weiß nicht mal, wenn er hochkommt. Ich weiß nicht mal, wenn er hochkommt. Die MPs ist da im Spawnpunkt rumstehen. Ja. Echt? Ja. Alter. A steht halt im Spawnpunkt. Ich gehs nach C. D hab ich eingenommen. Sehr gut. D hab ich eingenommen. B fehlt noch. Aber wo ist der Sheriff eigentlich? Ich weiß nicht, aber ich bin grad da bei B einzunehmen. Ja. Aber A wird gerade eingenommen. Ich hab auf jeden Fall die Schatzkammer gefunden. Die ist oben in der Kirche. Gut. Ich hab jetzt gleich B. Wo ist der Sheriff? Ich hab den Sheriff gefunden. Der ist hier draußen. Vor der Kirche. Also da hinten, da hinten. Ja. Oh. Also B-Spawn ist gut für den. Wir können direkt die Treppe raus und dann... Blamidu. Ja, ich komm da hin. Ich könnte den Schluss nehmen. Soll ich den Schlüssel gleich kriegen. Ist doch jemand im Nüberschtern. Ich hab den Schlüssel jetzt. Jo. Nein! Sie hat... Was? Sie ist direkt um die Ecke. Jo, jo. Direkt links. Es ist einfach um mich rumgesneaken. Er hat mich einfach... Er hat einfach eh gespandt quasi. Wo ist sie? Ich komm von C. Habte, habte getötet. Habte getötet. Habte getötet. Komm raus, Dauer. Na, hab ihn. Takt kommt mir grad entgegen. Den könnte ich frisch mäuschen. Ah, ich hab ihn. Tschüss. Hallo, Jörg. Die Tür zu. Lauf der Vogelstelle dahinter. Hinter uns kommen Marion und Robin. Okay. John, John ist hier. Äh, Fuchs hinter dir. John. Fuchs. Ja. 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 Ich hab nix mehr. Den Schritt zurück, dann kann ich dir helfen. Ja. Angst. Wer hat Angst vor mir, der hat nix mehr. Mhm. Tot. Okay. Was ist so geil mit Takt gegen John zu kämpfen. Bruno machst du mit dem Schlüssel ja, ne? Ja, ja. Ich bin unterwegs. Ich versuche A einzunehmen. Ja. 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 Ich glaube nicht mit mir hin. Okay. Ich sprinte mal hoch. Wie kommt man denn da hoch? Da ist ein Seil. Excellent. Ich komme, Ragun. Ja. Wie der Pfeil, da schießt mich der jetzt runter mit dem Pfeil. Oh, ein Akt hier hoch zu kommen. Ich kann schon noch schlafen. Ja. Wo ist denn? Get to the extraction point. Get over here. Richtung. Bleiben wir wohin. Weiß ich nicht. Wir haben alles bei uns hier oben. Wir können Docks gehen, ne? Okay. Na, an C sind keine von denen. Ja. Ja. Du kannst sagen, Jojo haut ja einer nach dem anderen weg da hinten. Nee. Nicht ganz. Den hab ich leider gekriegt. Der kommt von mir an. Hallo. Hehehehe. Das doch. Tag ist zu geil. Die haben gleich A. Wir brauchen C oder A. Kannst du nicht hier hinten raus, Gotax? Wo? Kannst du hier hinten raus? Ist kein Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mit der Kiste da runterkomme. Probier mal. Oh. Oh, der lässt sich aber fallen hier. Der lässt sich aber fallen hier. Ja, aber mach das. Willen noch einer weiter runter? Ich bin bei. Ich hab auch Heel. Ab. Ja. Ja. Hä? Hast du die Marion? Die dich auch so lächerlich weggeholt wie mich? Ich zieh. John kommt, äh, Robin kommt von links. Was? Ja, ja. Wir müssen mal holen. Wir müssen mal holen. Ach, das ist Marion. Ich kann Ausdauer erbrauchen. Ich hab Ulti an. Argonen kriegst du. Ich bin im Wasser drin. Nein. Okay. Ich fuß nicht. Egal. Ich fuß nicht. Ich fuß nicht. Ich fuß nicht. Ich fuß nicht. Scheiße. Ja, ich hab den Robin getötet und ich hab A. Nice. Äh, bei mir kommt grad der Monk. Wenn wir den auf C kriegen, wär das doch richtig gut. Ja, ich versuch. Ja, ich kümmere mich drum. Ich versuch ne Arzt nicht. Ich versuch zum Punkt zu kommen. Ja, ich mach C. Okay, ich hab zack. Unterwegs. Ich hab ja noch NPCs und ich kann nicht weitermachen gerade. Komm mal. Hinter dir. Scheiße. Da ist noch ein Schütze, wenn der den kriegt. Oh, ich hab NPCs hinter mir. Oh nein. Scheiß Ritter, ey. Ich hab noch einen Bogenschützen rum. Ja, klar. Shit. Ja, da sind ich halt rausgerannt. Natürlich sind die da. Jaaa, Rob, komm noch mal. Egal, lass uns sammeln und dann... ...hier da runter. Kannst du das Tor direkt aufmachen, wenn du da... Kommst du über A, Motax? Ja, ja, kann ich machen. Äh, warte, wo bin ich? Ich nehm C grad ein. Oh, und der Mönch ist gleich am Ende. Ich zeig für uns Punkt. Ja, die haben C, ich renn. Oh, welcher, welcher Kollege steht hier vor der Tür? Ich hab, äh, C. Ich komm nicht durch das Tor durch. Da steht ne Wache vor. Ja, es sind ordentlich Wachen. Oh, die kurbeln. Ja, ich komm da nicht hin. Easy, easy, easy. Scheiße, ja, easy. Ja, ich bin fast da. Ja, ich auch, lauf. Aaaaaaah. Ich hab's nicht geschafft. Doch, haben wir. Also doch. Aber ich bin tot. Komm mal. Geh rein. Ja, komm nicht ran. Hab ich. Okay. Sind noch Leute dran? Ich hab mein Auto noch mehr. Nee, glaub ich, muss alles tot sein, oder? Nee, ich soll eben noch reinhören. Aaaaaaah. Ich hab's gerade eben angenommen. Wir müssen nicht bei dir sein, Jojo. Okay. Ich bin aufm Weg. Ich bin fast da. Unterwegs. Wir brauchen das Tor offen. Ja, kann ich nicht. Wenn da einer vor der Tür steht. Okay. Okay. Da war ein Pfeil. Okay, tack. John ist tot. Backrum. Ich hab keine Pfeile mehr. Ah, nee. Achtung. Ich lenke ihn ab. Ich renne nach C. Ich renne nach C. Oh, ich hab C. Marion ist tot. Ich bin's Wasser gefallen. Fuck. Ich komm, ich renne grad zum Punkt. Robin müsste da noch irgendwo sein. Oh, ja, ja. Ich hab Robin. Tag. Aber ich lenke dir ab. Ich hab C gerade besetzt. Sehr gut. Nein. Wenn du jetzt noch dazu kommst. Jetzt auch weg. Wir sind beide. Nee. Ich leb noch. Ich leb noch. Ach du Spacken. Wir müssen weit laufen. Also eigentlich haben wir jetzt genug Zeit. Tack versteckt sich vor mir. Sonst ist er. Ja, Tack ist am kurbeln. Der ist genau am Punkt. Aber er kann nicht kurbeln. Dann wär er tot. Komm, hör. Die nehmen C ein. Die nehmen grad C. Egal, egal. Lass die einnehmen. Wenn ihr den tötet und kurbeln könnt, ist... ...durch. Geben wir unterwegs. Hab ihn. Cool. Okay, ich bin auf dem Weg zum kurbeln. Passt auf die Eingänge auf. Dann komm ich kurbeln. Komm von C? Okay, ja. Komm von C. Solange Robin mich hatch hat, ist das gut. Ich versuch, wir werden ihn beschäftigen. Zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Hab ich. Ja, fit. Sehr schön. Alter. Puh. Das war gut, dass Raguna über die Punkte eingenommen hat und Julia gut halten konnte zwischendurch. Ja. Ja. Der Raguna über die Münze fiel. Wieder beide eine Münze, ja. Wer kriegt alle eine Münze? Was gewallen? Ja dann. So, hab deine Münze. Boah, war immer schon mal spannend, ey. Na komm, geht noch weiter. So. War alles geschissen. Klar, weiter geht's. So. Ah, warte, da war der Kreis drum, ja okay. Hast du das gesehen jetzt? Was? Hast du das gesehen? Gesehen, ja. Die Map kenn ich nicht. Ich glaube, jetzt kennen wir mittlerweile alle. Ich glaube, es gibt vier, ne? Fünf. Ja, die mit dem Fort haben wir einmal gespielt, die fand ich auch ganz cool. Das war meine hier. Vielleicht wär ein Bogenschütze noch ganz gut gewesen. Ach, Bogenschmuck? Nein, wir ziehen das jetzt durch. Ja, auf jeden. Guard here. Ablenken? Ne, ne? Warte mal. War blöd, wenn man auch so den pfeift, obwohl man einen Stein, der den... Guard here. Einer! Nein! Die Tuck-Army ist unterwegs. Sollen wir B holen? Tuck-Tuck-Tuck-Tuck. Ja, ja. Oh. Oh. Wie verstehe ich's dann, buddy, am Ende? Tuck-Tuck-Tuck-Tuck-Tuck. Tuck-Tuck-Tuck-Tuck. Ich bin auf jeden Fall da hinten rechts. Die Uhr macht Tuck-Tuck-Tuck. So. Können wir die runter springen? Wir sind auf jeden Fall Ulti, leider nicht. Ne, leider nicht. Aber ich hab schon Ulti jetzt. Die ganzen Tag-Dorns. What? Ich hab' nicht mal. Dann mach' ihr mal weiter, dann... Cross-Burman here. Ich krieg' das Tor gar nicht auf da vorne, ne? Also. Okay, vielleicht zu viert. Komm. Alle zusammen. Alle anstrengend, dann können wir alles schaffen. Und die haben B eingenommen. B? Warte, dann mach' ich die Tür auf hier. Ja. Tschüss dabei. Das ist auch der Sheriff. Oh, wir brauchen echt einen Respawn-Punkt hier. Ich geh' den kriegen, boah. Hier ist offen jetzt. Nein. Oh, da schlech' den einen rum. Da schlech' den einen rum. Ja. Vielleicht haben wir vorher noch... B? Okay. Wo ist denn B? die? Bauer. Alter. Oh. Der hat aber gefährdet... Der hat aber gefährdet... Der ist runtergesprungen. Könnt ihr ziehen? habe ich dann nimm T oder lass uns Tee nehmen oh hier ist noch einer als ob der hätte Schnitte gegen mich hatte sagen wir mal ehrlich der Schlüssel war da oben das ist aber in die Richtung zur Not haben wir uns nachher einfach alle gegenseitig vorher das ist so übel ich glaube ich habe was alarmiert ist der Sheriff jetzt reingelaufen oder was? ich weiß es nicht ich wurde gemeuchelt was? und wo? nur draußen Richtung B von lecker Käse hallo lecker Käse lecker Käse lecker lecker oh hier da ist Robin was wo? ich komme hier runter ich versuche hochzukommen ah ich habe den Hüppel ausgewischt hier ist noch einer ich versuche ich habe keine Ahnung was passiert ist es war hell danach hat er auch nicht mehr zugeschlagen obwohl er geblendet wurde dann machst du nix bevor du dich selber verletzt ich wurde schon wieder gemeuchelt was machst du denn? ich versuche nix ich versuche nix wieder lecker Käse oh man lecker Käse lecker Käse lecker Käse lecker Käse lecker Käse Hilfe boah ich glaube der Robin steht da noch dahinter aber ich glaube da oben in dem Berg sind wir etwas kalt oder? oh die haben C boah boah ich bleib das mit dem Ur ähm Finsterplatz oh na klar cool dann kannst du beucheln ne ich bin da auf dem Weg zu zäh Heilung ich brauche Heilung oh ich bin auf dem Weg nach B oder irgendwas ja wenn wir B und C erobern haben wir ne ganz gut ich bin dabei C einzunehmen ich glaube Richtung B gut dann auch gut dann auch ich in Richtung A aber ich hau erstmal kurz an oh Gott vielleicht kann man unten rum oh die Tür geht auf das ist aber nett dankeschön ach die Marion ist frech ey die macht sie unsichtbar und dann ja das mit dem Meucheln hat die ganz gut drauf ja im Prinzip musst du ne Schiff drücken und die ganze Zeit im Kreis rennen und E drücken die ganze Zeit E Spam die ganze Zeit kann ich nicht aufhören das geht doch nur im Tucken oder nicht ja ja klar ja oh oh ja du solltest gut kriegen wenn die Marion nicht in der Nähe ist ich bin da ja ähm wie siehts in der Kirche bei euch aus ähm wie siehts in der Kirche bei euch aus das ist hier wo die Truhe ist äh Marianne kommt hier an ja komm kuck mal den nach A rüber ja Hey, sind die ganze Tür noch zu? Hör mal auf zu laufen, Fraulein. Oh na. Ich glaube von unten irgendwo. Wo ist denn die Kiste? Wisst ihr das? Oh, da hinten, da hinten, bei Jojo, bei mir. Bei uns, oh. Mir wurde in den Kopf geschossen. Von Toki. Oh, das heißt, der Robin ist ja. Ja, ich sehe es. Der ist auch zack. Ach, boah, mit der Kiste. Oh, Robin ist auch hier, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man nach A kommt. Ich auch. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin gleich da. Wo sind die? Ich habe getradet mit dem... Wo sind die? Die sind ja lefst du. Oh, hier. Warte mal, hier. Ich kenne die Tür auf. Ich komme, Jojo. PSA? Nee. Doch, da links. Alter, warum ist denn da nie... Warum sind die Kirchentüren hinzu? John war eben noch hier. Keine Klappe. Und der eine Sniper war... Ah! Da ist einer. Ah! Und der empt die Truhe ab. Das ist gar nicht so nett. Und ich fahrt von hinten. Ja, rein, glaube ich. Okay, wieder beide. Ja, irgendwo. Und wo ist dann noch der... Der Sniper ist... Sitz Richtung C. Wie geht's eigentlich irgendwo hin unten? Ja, sieht's aus. Ach, hier am... Links. Ach nein, da kommt die Kirchentüren! Nur Marion an der Truhe gerade. Ja. Okay. Ja, klar. Ach so. Hat der... Was ist passiert? Kultieren. Ja. Joa. Hey. Die Mänen ist frech unterwegs. Aber die macht das gut. Bis jetzt... Ich hab die bis jetzt nie gesehen, ne? Mir ist der... Tag. Oh, drei Leute sind hier. Also trotzdem wieder B einzunehmen. Ich bin bei dir, Jojo. Lass mich heilen. Boah, war der wieder full life? What the fuck? Was? Ach nein. Okay. Ich hab nur den Tuck getötet bekommen, glaube ich, irgendwann. Ja, alles gut. Ach. Wenn Kotak's C kriegt, sind wir ganz gut aufgestellt. Versuche ich! Wenn wir die Ruinen falten. Hab C. Ja, cool. Jetzt wird sie in dem ersten Spawn spawnen. Excellent. Hab deren Robin. Ja, passt auf die Dinges auf. Oh, ist aber schon tief. Da rennt einer. Auch hier Hilfe? Ja, ich komme. Ich bin da. Alter, was? Haben wir eine Heilung? Habt ihr die? Ne, ich hab keine. Ich muss nicht. Ich hätte gehabt. Aber wir können kurbeln. Wo ist der denn? Hab ihn. Ach, da können wir kurbeln. Die kommen von unten. Da ist der ein Spawn. Äh, da ist noch einer. Da ist der ein Spawn. Komm, ich komme, ich komme. Also, ob die das sofort ins Spawn haben. Alter. Ja, hier ist ein John. Und? Guten Tag. Kalt. Boah. Boah, aus Dauer. Aus Dauer. Nein, überlebt. Jo, Tag ist, äh, John is down. Überlebt. Ja. Ist ein anderer hin? Tag ist tot. Was war das denn für ein Finishing-Loof? Skrubbel? Ja, klar. Du Spacken. Alter. Mag Tuck nicht. Da kommt noch einer, gerade gelaufen. Von der im Spawn. Einer kommt nicht. So. Marion, hinter euch. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nee, John ist bei mir. Pass auf. Eigentlich sind echt viele gerade da. Ah, John hab ich. Gotax, gib Gummi. Gib Gummi. Ich hab keinen Ausdauer mehr. Doch, hast du. Ich werd gemeuschelt. Pass aus. Jojo macht fertig. Komm, 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 komm. Jo. Ich wurde auch gemeuschelt. Ah, nein. Nice. Easy. Tag, Army. Tag, 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 Tag. Lecker Käse. Lecker Käse. Der kriegt ne Münze von mir. Lecker Käse. Der kriegt ne Münze von mir. Lecker Käse. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nur um die letzte Truhe gefaltet. Wir haben auch um die letzte Runde gefaltet. Deswegen, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like down. Schaltet beim nächsten Mal zu Hot Outlaws & Legends. Besonders Ad Legends. Wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.